Die Frage ist, ist es ein richtiges Messer oder ist es wieder ein Abdruck irgendwo? Das ist ein Messer, 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 Messer. Hier ist keins drauf, da ist irgendwie nichts. Ich find's nicht. Oder vielleicht doch. So, der Griff anbringen. Der Griff fehlt nicht. Was haben wir denn hier? Entfernen die Klingen vorsichtig. Die Reihenfolge ist wichtig. Beginne mit der oberen. Zack. Zack. Na. Jetzt aber. Ähm. Jemand scheint es schon mal probiert zu haben. Erfolglos. Ab in den Keller. Ach, sieh mal einer an. Eine neue Kette. Naja, zu dir komm ich gleich. Tja. Was für ein Werkzeug eignet sich da am besten? Bestimmt kein Schlitzschraubenzieher. Was haben wir hier? Erinnere dich das Datum. Das war der zweite zweite. Oh, okay. Hamilton muss diesen Prediger beschattet haben. Wie lange? Okay. Erstmal reden. Aber egal. Ich habe Kate gefunden. Danke. Ist sie okay? Ist sie sicher? Nichts. Wir müssen sie aus der Stadt holen. Ich habe ein Auto. Aber sie ist weit entfernt. Ich werde es nie machen. Dann geh zu der Gasstation und find Kate. Ich bekomme das Auto. Es ist auf meiner Farm. Hier. Geh die Chancen. Und schnell. Und wieder sehen. Ach halt. Wir können wieder wimmeln. Ein Wagenhebergriff. Natürlich. Eine Thermoflasche und St. Nikolaus. Hier. Das wird der Wagenhebergriff sein. Oder auch nicht. Schade. Ich dachte. Eine Thermoflasche. Die steht hier. Hier. Das war der Wagenhebergriff. Holzschuhe, Vogelkäfig und Plätzchen. Wo haben wir denn Holzschuhe? Da oben. Und ein Vogelkäfig. Ähm. Der dürfte ja auch nicht allzu schwer sein. Oder vielleicht doch. Auf den ersten Blick sehe ich ihn nämlich nicht. Ah, da ist er doch. Eine Zwiebel, Becher und Kohl. Tja. Hier ist ein Becher. Hier ist eine Zwiebel. Ein Hase. Eine Säge. Und Tee. Hier ist Tee. Vielleicht noch der Kohl. Helmut Kohl. So. Ja, ich wollte wieder ein bisschen lustig sein. Aber egal. So. Wir machen uns auf den Weg zur Farm. Und wimmeln nochmal in unserem Kofferraum. Recycling Schild. Die Freiheitsstatue. Einen Tannenzapfen. Einen Lufterfrischer. Äh. Das ist ne gute Frage. Ein Fragezeichen. Hm. 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 Ein bisschen Lufterfrischer. Ach hier. Das ist Fragezeichen. Kopfhörer. Maßband. Patronen. Ein Fernglas. Eine Kamera. Ein Donut. Und ein Apfel. Öl. Super. Ah ja. Das beschwere ich mich. Oh. Da können wir auch wimmeln. Zwei Taschenlampen. Zwei Schlüssel. Und ein Schachbrett. Schachbrett. Taschenlampe Nummer eins. Taschenlampe Nummer zwei. Schlüssel. Und Schlüssel. Ein Brecheisen. Ein Tennisball. Und ein Trichter. Tja. Ja. Hm. 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 Ein Brecheisen Trichter und ein Tennisball Hier ist das Brecheisen Trichter und ein Tennisball Das wird ein bisschen schwerer Das war der Trichter Okay, die zwei sind hier Der Tennisball kann ja auch nicht weit sein Vermutlich einer von den Knöpfen hier oder so Wie ich schon dachte Ein Mörser Dann brauchen wir jetzt Stiefelchen Und eine Pfeife Haben wir die nicht schon mal gesucht? Was noch? Ein Hahn, eine Lupe und eine Ente Lupe Eine Ente Die Pfeife So, da waren es nur noch Stiefel und ein Hahn Und wo auch immer die Stiefel und der Hahn sind Das war ein normaler Schuh, aber okay Der Hahn fehlt noch Der Hahn Ist wieder irgendwo drauf abgebildet Vermute ich mal Was war denn da noch? Die Lupe war hier Die Ente war hier Die Ente war hier Die Ente war hier Die Ente war hier Ich sehe keinen Hahn Lupeende Lupeende Ah, ein Wasserhahn wahrscheinlich Und ich suche die ganze Zeit nach dem Hahn So, ein Radkreuz Wisst ihr Bescheid, was wir damit machen? Topfhandschuh, drei Radmuttern und der Buchstabe M So, ein normaler Handschuh Topfhandschuh Eine Radmutter Zwei Drei Dann brauchen wir mal ein M Das ist hier Eine Sonnenbrille und eine Brieftasche Hier ist die Sonnenbrille Was war denn da noch? Ein Handschuh Der war auch hier in der Nähe Brieftasche suchen wir gleich mal Ein Boomerang, ein Rahmen und ein Gürtel Das war der Rahmen Da ist der Boomerang Hier ist die Geldbörse Und ein Gürtel Pinselfeder und Tasse Hier ist die Feder Tja Ist das die Tasse? Ja Wählt noch einen Pinsel Der ist hier Wir erhalten Radmuttern So, dann wechseln wir mal die Kette Zack 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 Jetzt haben wir hier Benzinkanister, Spielzeugauto und Zeitschrift Zeitschrift Spielzeugauto Und der Kanister Zigaretten, Steuerrad und Schaukel Hm Hm Zigaretten Steuerrad, nein Schaukel Könnte denn das Steuerrad sein Vor allem ist es ein Steuerrad oder ist es jetzt ein Lenkrad? Fisbee, Kappe Ein Sessel In der Sichel Da ist das Steuerrad Eine Feder und eine Hose Ist das eine Hose? Ja Und noch eine Federe untuk Boca Buins uição Mar